Hey, ich bin Harald von Fahrrad XXL und heute zeige ich euch, wie euer neues Fahrrad bei euch eintrifft. Unser neuer Karton hat nicht nur ein tolles Design, auf der Seite findet ihr einen QR-Code, der euch direkt zu unserer Erstmontage-Seite mit vielen praktischen Tipps bringt. Um den Karton zu öffnen, einfach einmal kräftig ziehen. Unsere neue Verpackung verzichtet komplett auf Plastik, schützt euer Fahrrad trotzdem perfekt und spart so im Jahr über 70 Tonnen CO2 ein. Um die Fahrradfixierung zu lösen, einfach die beiden perforierten Laschen seitlich einreißen. Habt ihr wie ich ein E-Bike bestellt? Dann lasst euch beim Herausheben lieber helfen. Jetzt fehlt nicht mehr viel, bis ihr endlich losfahren könnt. In unserem Zubehörkarton ist der Rest, den ihr dazu noch braucht. Der Lenker ist gedreht, die Pedale montiert. Hierbei bitte unbedingt die Anschraubrichtung beachten. Aber das findet ihr genau in unserer Montageanleitung. Ride on! Ride on! Ich arbeite ancoat